Am Lernen ist es halt noch immer nicht wirklich leicht als queerer Person. Und das ist ja etwas, das Sie selbst als junge Person damals erfahren haben müssen. Ich bin Florian Niederser, der Initiator von der Unkenpride, der Regenbogenbrader im Klornbergdörfee in Unken, in Winsker. Anlässlich vom Pride Month haben wir 2021 gemeinsam mit dem Pfarrer auf dem Kirchdürmer Regenbogenfahne gehst. Doch die ist leider nach ein paar Tagen schon plötzlich wieder verschwunden gewesen. Da haben wir dann als Antwort gedacht, wenn eine Regenbogenfahne verschwindet, wie wäre es, wenn wir mit 100 neuen aufkommen? Und so ist eben die erste Unkenpride entstanden. Den Starbank-gegenbrachte Solidarität hat uns gezeigt, wie man am Land als queerer Community einfach nicht alleine ist. Und aus der Pride heraus ist dann unser Verein, die Holblumen, entstanden. Wir als Holblumen stehen letztendlich für Queersein am Land. Dafür, dass man queeren Leuten einen Platz geben kann, in dem sie sich wohlfühlen, nicht allein fühlen und wirklich als Teil von der Gemeinschaft fühlen. Aber auch Sichtbarkeit und Aufklärung. Ich wünsche mir für meine Zukunft, noch mehr Aktivismus zu betreiben. Denn wo Ohren-Regenbogenfahne verschwindet, käme man viel Nei dazu. igh 불-... ... ... ... Vielen Dank.